Wie fügt man Formen in Word ein? Man klickt hier auf Einfügen, dann auf Formen und hier geht ein Formenkatalog auf, wo ich mir entsprechende Formen raussuchen kann. Ich nehme mal dieses Smiley hier. Wenn ich hier draufklicke, habe ich einen Cursor als Kreuz jetzt dargestellt. Ich klicke an die Stelle hin, wo ich die Form hinhaben möchte, halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe dann die Form auf, lasse die Maus wieder los. Und dann habe ich hier die Form drin. Sie ist aktiv, weil dieser Kasten hier drumherum ist. Ich habe hier einen Ziehpunkt, wo ich Bestandteile dieser Form noch verändern kann. Ich habe hier den grünen Punkt, wo ich die Rotation entsprechend einstellen kann. Und ich habe hier natürlich entsprechend wieder die Ziehpunkte, wo ich die Größe proportional oder je nachdem, in welche Richtung ich die Maus ziehe, ändern kann. Oder auch das Seitenverhältnis entsprechend verändern kann. Hier kann ich sogar die Farbe entsprechend verändern. Und falls mir die Form nicht gefällt, ich könnte sie natürlich löschen und eine neue einfügen. Aber ich kann auch hier draufklicken, Form ändern und mir hier eine neue Form raussuchen. Und dann wird die hier ersetzt mit der gleichen Formatierung, wie ich die gerade eben vorgenommen habe. Dann sind Sie mit derartigen Formatierung. Dann werden die Formatierung. Ich kann auch hier draufklicken. Dann sind Sie mit derartigen Formatierung. Dann sind Sie mit derartigen Formatierung. Dann sind Sie mit derartigen Formatierung. Jetzt können Sie natürlich mit dem Kasten hier spielen.